Coach Dave Cameron, die Preseason ist vorbei. Die letzten zwei Spiele waren ziemlich erfolgreich. Wie würdest du die Preseason so far summen? Ich bin ziemlich glücklich mit dem Spiel. Das erste Mal war, dass ich in den meisten Spielen, wenn nicht in den ganzen Spielen, unser Effort war wirklich gut. Das ist deine Grundlage, das ist das, was du willst, das ist das, was du nach dem Hopp hast. Ich mag unsere Arbeit-Ethik und wir haben sehr gut in der Runde gespielt. Wir haben die zwei Wunsch auf der Runde gespielt. Und so, hoffentlich, das wird uns jetzt ein bisschen rollen. Coach, dein Team ist näher zu spielen, um 60 Minuten zu spielen. Und die Zeiten, in denen dein Team ist nicht... Die Zeiten, in denen dein Team, in denen dein Team hat weaknesses in es, werden immer mehr und mehr zu spielen. Du siehst du es in der gleichen Weise? Ich denke, es handelt auf, was deine Team macht das momentum. Es gibt viele andere gute Teams. Und du musst sie respektieren. Und sie werden dich zu machen, wenn du Fehler machst. Und sie werden dich zurück in deine Hände. Und das ist Teil des Prozesses, zu spielen in einer konkurrenzischen Liga. Also, du wirst einfach lernen, und du wirst besser. Und in den Bereichen, in denen wir ein bisschen momentum verlieren, weil wir schlecht spielen und nicht die richtige Dinge machen. Das ist eine Erfahrung, die wir hoffen, zu eliminieren. Und die Selbstvertrauen und die Systeme sind mehr und mehr in das Team. Du siehst du es in der gleichen Weise? Ja, ich denke, es gibt mehr familiarität. Sie wissen, was ich erwarten, was sie von mir erwarten. Und ich weiß, was sie von ihnen erwarten. Das ist ein Vorteil, dass wir zusammenarbeiten für eine lange Zeit. Und es wird immer noch besser werden. At a time, day by day, through the year. Friday, die Abel. Die Liga beginnt gegen Linz. Was sind deine Gedanken über das Spiel? Was sind deine Beispiele? Wir müssen uns das beste Spiel spielen. Linz ist ein guter Team. Wir haben ein guter Team. Wir haben ein guter Spieler. Wir müssen uns das A-Game bringen. Danke, Coach.